Liebe Zuschauer, liebe Fans, ich darf Sie bitten, die Lautstärke zu drosseln, dass wir beginnen können mit unserer Pressekonferenz bzw. mit unserer Trainerbefragung. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Nachbetrachtung des heutigen Verbandsligaspiels zwischen zwei Urgesteinen der aktuellen Verbandsliga, zwischen dem Traufgeleger im Fußball und dem F107 Albstadt. Begrüßen, werfen ganz herzlich den Gästetrainer, Herrn Alexander Eberhardt, heute in unserer Mitte. Da gibt es bestimmt Applaus. Und natürlich wie immer zu unserem Heimspiel auch unseren Trainer, Markus Bock, auch dich heiße ich. Herzlich willkommen. Die heutige Pressekonferenz wird wiederum präsentiert von unseren Sponsoren. Das ist einmal die Firma Klaus Mühler, Radverarbeitung, die Firma Eber Wohnbau, die Firma Benzinger Freight, unser Auswärtstrikotsponsor, die Firma WS Streicher Erdbau und die Firma GBV, Gesellschaft für Wertstoffverarbeitung. Herzlichen Dank euch für die Unterstützung unserer Mannschaft. Applaus Die Ankündigung in der Karenz für das heutige Spiel kommt von Rolf Musbaum, auch die herzlichen Dank dafür. Rolf, 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 Und dann geht es auch schon los. Herr Eberhardt, 1 zu 1 in der Karenz. Ihr seid seit einigen Spielen ungeschlagen. Und trotzdem denke ich mal, der Punkt geht in großen Grenzen in Ordnung. Ihr fahrt ganz zufrieden auf die späfische Halbzolle. Wir haben gesagt, wir wollen nach dem Spiel gegen den Karenz, wollen wir den Karenz hinter uns lassen. Wir wollen den Abstand halten und das haben wir auch sehr, sehr gut hingekriegt. Ich denke, 1 zu 1 ist ein gerechtes Ergebnis. In der Haltungsnote war nicht klar. Rolf, es kann nicht was besser, wenn sie doch optisch mehr Spielanteile gehabt haben. Und ja, es ist eine gute Mannschaft. Das haben wir gewusst, technisch gut abgezockt. Aber wir haben sehr, sehr gut dagegen gehalten. Und ja, das Spiel hat gut begonnen. Nach sechs Minuten, wo der Marc den Dreischuss gleich nach der Standartssituation 1 zu 0 in das lange Eck versenkt. Danach waren wir gut im Spiel. Aber je länger das Spiel dann gegangen ist, desto mehr ist eine Kremsgenin gekommen. Und haben dann auch über die Außenbahnen relativ viele Torchancen dann kreiert. Und ja, unglücklich war ein bisschen, dass kurz vor der Halbzeit dann das 1 zu 1 gefallen ist. Wenn man das jetzt auch vielleicht das 1 zu 0 rettet, gibt es vielleicht einen anderen Spielverlauf. Aber man muss ehrlich gesagt zugeben, dass das 1 zu 1 dann auch verdient war. Und die ersten 15, 20 Minuten nach der Halbzeit waren die Krems dann deutlich besser. Vor allen Dingen über unsere rechte Seite hat der 21er relativ viel Wind gemacht. Sehr, sehr schnell als Spieler. Da hatten wir öfters Probleme. Aber dann haben wir uns dann nach 20 Minuten oder 2. Halbzeit dann wieder befreit. Und ja, wäre glücklich gewesen, ein 2-1-Sieg. Wäre eventuell sogar noch drin gewesen mit dem Peros. Er hat eine Chance, wo knapp am langen Posten vorbeigeht. Aber wie gesagt, wäre zu viel des Guten gewesen. Also wir sind mit dem 1-1 zufrieden. Auswärtspunkt ist okay. Und ja, von dem her gesehen können wir gemütlich nach Hause fahren. Danke. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Markus, wir wollten natürlich gewinnen heute gegen Albstadt. Und unser Ziel war auch, Albstadt hinter uns zu lassen, zumal Albstadt ja noch ein Nachholspiel hat. Trotzdem denke ich mal, vor allem die zweite Halbzeit hat die Mannschaft das gezeigt, was wir und du erwarten konntest. Und da wäre eigentlich auch ein Sieg möglich gewesen. Die erste Halbzeit hat ein bisschen verschlafen. Wie fällt dein Fazit für das Spiel heute aus? Wenn der Gegner mit dem Unentschieden zufrieden ist, dann ist es bei uns dann meistens so, dass wir dem nicht ganz so zustimmen können. Weil natürlich wollten wir das Spiel gewinnen und hätten auch die Möglichkeiten gehabt, aufgrund der zweiten Halbzeit, die wir sehr viel engagierter angetreten haben und da tatsächlich dann über die Außenpositionen viele Möglichkeiten zumindest vorbereitet haben. Und dann eine unglaubliche Szene mit Lars Ruck und Danny Spiegelhalter. Und am Strich bleibt sie eben 1-1. Das ist so, jetzt da muss man uns zugestehen, in der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht, sehr zu erfahren. Unser eigenes Spiel kam nicht in den Schwung und dann immer auch dieser Drang und dieses Müssen dann eigentlich auch, was Aggressivität dann betrifft, die wir nicht an den Tag legen konnten, das hat uns zu schaffen gemacht. Die Standardsituationen sahen wir nicht gut aus und so kam auch dann dieses frühe 0-1, mit dem wir dann hinterherlaufen mussten und das hat natürlich schon auch so ein bisschen Substanz gekostet, insgesamt. Ja, und dann ist natürlich links und rechts höchst du dann immer Katastrophe, Katastrophe. Ja, das ist halt nicht so, dass man das Spiel dann auch aus einem Guss angehen kann. Was man nicht vergessen darf, Albstadt ist jetzt nicht nur heute, sondern insgesamt muss man ja sagen ein Team der Stunde überhaupt. Ich glaube jetzt sechs Spiele umgeschlagen, davon vor uns im heutigen Spiel vier Spiele in Folge gewonnen. Das sind so Sachen, die man dann oft vergisst und das muss ich dann auch meiner Mannschaft nochmal ins Gewissen dann reden in der Halbzeit und demzufolge dann auch die zweite Halbzeit ganz anders vom Spielverlauf und da müssen wir uns einfach dann auch den Sieg verdienen. Fußball bleibt immer Fußball und auf der anderen Seite gibt es die Szene mit Fiorenza, hier steht er ja gerade, wo dann glücklicherweise bei uns eben den Weg nicht ins Tor findet, es bleibt unter dem Strich 1-1. Wir haben noch vor dem Spiel haben wir noch gesagt, ja, dann kommt Fiorenza ab, der 63. vielleicht und dann war es die 53. Und das ist auch so ein Zeichen, dass der Gegner natürlich gemerkt hat, Mensch Neckar-Rems kommt ins Rollen und ins Spiel und da müssen wir jetzt was tun. Und wir haben alles Engagement dann gezeigt in der zweiten Halbzeit und es hat nicht gereicht, 1-1 am Ende. Markus, vielen Dank. Ja, dann geht die Frage einfach nochmal nach Albstadt. Was war Ausschlag eben für die Trendwende in der Saison? Ihr seid ja sehr schwer in die Saison gekommen. Dann hat er da ein, zwei Siege und dann kam nochmal ein kleiner Rückschlag, aber dann seit sechs Spielen seid ihr praktisch auf dem Weg nach oben. Was hat sich getan in den letzten Wochen? Gut, das ist natürlich die Winterpause dazwischen. Nichtsdestotrotz, was hat sich verändert in der Albstadt jetzt? Da steht er nicht mehr ganz hinten drin. Ja gut, wenn man die komplette Runde passieren lässt. Ich glaube, ausschlaggebend war das Schlussspiel gegen Öhringen. Wenn wir damals mit elf oder zwölf Mann nach Öhringen gefahren sind, kein Auswechselspieler, nichts. Und die haben dann überraschenderweise eigentlich 2-1 gewonnen. Und da haben wir dann die Serie gestartet. Ja, das war eigentlich so das Schlussspiel. Es war dann so, dass wir in der Rückrunde dann drei Neuzugänge dazukriegt haben, was absolut wichtig war. Plus der Philipp Rumpel, der ja einen Kreuzbandriss dann erlitten hat in der Sommervorbereitung, also vier neue Spieler. Und ja, da merkt man jetzt auch im Training, dass wir erstens mal von der Quantität her mehr sind und auch die Qualität nimmt dann zu. Und ja, wir haben jetzt einen Konkurrenzkampf und der belebt dann natürlich das Geschäft. Und das ist dann schon, ja, für jeden Einzelnen sehr, sehr gut. Aber klar, sechs Spiele sind wir zu ungeschlagen. Das ist toll, das nehmen wir auch gerne mit. Aber jetzt haben wir 24 Punkte und wir brauchen schon noch ein paar Punkte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt noch die Klasse teilnehmen, sondern mit 24 Punkten sind wir auch schon abgestiegen. Aber und das steht jetzt so sehr stabil momentan da, weil wir es nicht ganz so rübergebracht. Ähm, die ersten beiden Spiele waren technisch dann besser. Aber ja, trotzdem können wir mit dem leben. Und das ist eigentlich so der Schlüssel momentan für Erfolg. Kann ganz, ganz schnell anders wieder ausgehen. Vielen Dank. Also genau für diese Frage, was Sie sich schon im Ber fertility Santa der Woche geben von unseren Kamisk 치znen? Kann bleiben ist immer das Thema. Tübingen ist eine der Überraschungsmannschaften überhaupt überhaupt der Saison. Jetzt nicht gedacht, dass die da dauerhaft zu weit vorne sind, haben wir das nächste Spiel 1980 mit der Hieke. auch deutlich gefestigt sind. Es ist nicht so einfach, gegen uns zu gewinnen. Was uns eher so das Leben schwer macht, sind halt unentschieden und unentschieden. Damit tritt ich halt ein Stück weit auf der Stelle. Aber wir fahren da schon guten Mutes dahin. Bis da hinten sind noch ein paar Tage. Und natürlich ist die Hoffnung, dass wir dort ein Dreier holen. Schwer genug wird es. Markus, vielen Dank. Dann kann ich kurz die Ergebnisse durchsagen. Die liegen nun alle vor. Wangen gegen Pfullingen 1 zu 1. Ilshofen gegen Essingen 0 zu 2. Oeringen gegen Normaniak-Münd 1 zu 3. Dorfmerkingen gegen Holmbach im Spitzenspiel 1 zu 1. Sindelfingen gegen Rutesheim ebenfalls 1 zu 1. Neckar-Rems gegen Albstadt ist bekannt. Und Tübingen schlägt Ehingen mit 3 zu 0. 2 zu 1. Neckar-Rems gegen Rutesheim. Damit bleibt auf Merkingen im Moment noch 6 Punkte vor Hollenbach. Normaniak-Münd ist auch mit vorne dabei. Und Elshofen und Tübingen ist auch Verfolger des Spitzenreiters. Noch die letzte Frage in Albstadt. Herr Ebberhardt, ihr spielt nächste Woche wieder auswärts. Eigentlich könnt ihr da bleiben und in den Solos fahren. Das wäre noch ein Stück weiter. Aber das geht natürlich nicht. Ihr dürft nach Schwäbisch Hall, die eine ganz schwache Runde bisher spielen. Aber umso gefährlicher wird das Spiel wahrscheinlich sein. Ich habe es vorher mit dem Markus davon gehabt. Ich kann mir im Stand jetzt noch nicht vorstellen, dass Schwäbisch Hall absteigt mit der individuellen Klasse, mit den Einzelspielern. Aber klar, diese 12 Punkte spielen wir morgen gegen Kaiju. Irgendwann müssen sie mal anfangen mit Punkten. Wird natürlich ein ganz anderes Spiel.